Hallo ihr Lieben, heute sind wir bei Toys R Us und wir haben gerade eine ganz coole Ecke entdeckt und zwar Karneval. Bei euch in der Schule ist sie auch bald, ne? Und dann wollen wir mal kurz gucken, was es hier so alles Schönes gibt. Ich bin ja eigentlich immer noch ein Pirat. Ein Pirat? Aber weißt du, ein Kostüm von Piraten habe ich ja, aber vielleicht fehlt dir noch irgendwie ein Messer oder so? Oder was haben die Piraten so? Messer, Kanonen. Was gibt es hier? Das ist hier alles Cowboy. Guck mal, das ist auch Cowboy. Hier ist so viel, guck mal. Hier ist, guck mal, Polizist. Polizei. Guck mal. Ich bin ja immer noch für Pirat. Ich weiß, wir haben ja auch ein Kostüm haben wir ja schon. Dann gucken wir einmal, was wir noch dazu nehmen, oder? Ja. Aber das Kostüm ist mir noch viel zu groß gewesen. Nee, das passt schon. Das passt. Guck mal, da an der Wand hängen noch ein paar Sachen, oder? Da gibt's ja auch so einiges, ne? Guck mal, hier. Ein Pirat braucht eine Schnarre. Ja, unseren coolen Vogel. Guck mal. Das sieht ja cool aus. Wollen wir das mitnehmen? Ja, das braucht man eigentlich. Ein Pirat. Ein Pirat. Vielleicht, ähm, guck mal, das ist ja alles. Guck mal, alles Indianer. Indianer für Häuslinge und so. Es ist kein Ferds mehr. Oh Gott, ich hab jetzt Angst. Hilfe! Das ist jetzt wirklich scharf, Mama. Echt? Ich greife mal in die Hand, holst du es wirklich scharf. Ja. Oh Junge, das ist ja echt das Schwert. Mhm. Aber guck mal, hier ist so zum Beispiel, oh. Hier ist zum Beispiel, guck mal, so eine Hakenhand. Das ist doch auch cool. Eine Hakenhand? Ja, so ein Haken. Mit Augenklappe. Jetzt ist aber das Scherzchen vorbei, Mama. Jetzt ist das Scherzchen vorbei. Jetzt ist das Scherzchen vorbei. Cool. Was ist denn hiermit mit dem hier? Ich hab schon von der Kamera vorbei. So? Was ist hiermit? Ja. Finde ich schon gut. Aber die Pistole, Mama, auf jeden Fall. Guck mal, wenn man da so reinguckt. Das leuchtet, also hier an der Seite kam gerade so ein bisschen Licht. Ich finde, das ist so immer noch cool, wo da so ein Ton dabei ist. Ja, das ist lustig. Wir wollen mit dem Haken eben die und vielleicht das hier? Ja, und den. Und? Den hier. Oder den. Ich finde immer noch den hier besser. Ja, aber dann brauchen wir das hier nicht. Oder? Aber kann das hier nicht ab? Du kannst eh nicht alles... Nee, das gehört auch nicht da ran. Also was nimmst du jetzt mit? Natürlich das hier. Und diese für mich, die ich eigentlich habe. Okay, und was kostet so ein Schwert denn? Was kostet so ein Schwert? Ach, ist hier oben. Acht Euro. Hab ich gesehen. Und hier ist so ein Schwert. Warte, Mama. Wollen wir nicht lieber in so einem kompletten Teil kaufen? Ja, aber guck mal, die macht keine Geräusche, diese Pistole hier. Nee, die kannst du drücken, aber die macht keine Geräusche. Ja. Ja. Ja, musst du mir sagen, was du möchtest. Und hier, guck mal, hier ist ein Rohr. Das sieht ja auch gut. Auch nicht schlecht, ne? Und, kannst du was sehen? Ja. Kannst du mich sehen? Ja. 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 Musst du dir jetzt überlegen, was du möchtest. Kann man das zu Ruhe auch ohne das hier kaufen? Musst du sonst gucken, ob hier noch irgendwo was hängt. Also, bis jetzt habe ich noch nichts gesehen, oder? Nee, das ist alles nur zusammen. Wolltest du das an der Katze fragen? Nee, wir brauchen wir nicht. Das ist ja alles hier, was hier hängt. Helfen? Die haben ja noch mehr Kostüme. So ein Teufelchen. Aber Mama, wo ist... Also, nimmst du jetzt die einmal mit? Okay. Ja, aber das reicht dann auch. Aber mehr brauchst du auch nicht. Ich glaube, ich habe was gefunden. Guck doch mal. Ist das sowas hier? Nein. Nein, das ist irgendwie... Das klingt ja richtig kippen. Nein, nein. Ich weiß nicht. Messer, Handschellen, das ist alles hier, ne? Aber das kann wirklich wehtun. Hm? Das kann wirklich wehtun, wenn man so macht. Ja. So ist es aber nicht, ne? Und nun? Also, nimmst du diese beiden Teile mit, ja? Ja. Das von Fedro gibt es nicht, oder? Was ist das hier? Das ist schwarze. Guckst du mal? Dieses schwarze? Nein? Das sind Schläger, oder was ist das hier? Okay. Also, nehmen wir das mit, ja? Ja. Okay. Und wie sieht es aus? Jetzt haben wir so ein bisschen was anderes ausprobiert, ne? Nicht weiter. Nicht weiter. Nee. Trau mich ja gar nicht, du FBI-Agent. Nicht? Glebst das nicht schon gut genug? Ja. Genau. Na gut. Dann wollen wir mal langsam Richtung Kasse, ne? Oder? Aber das nehmen wir jetzt hier nicht mit, oder? Doch, natürlich nicht mit. Aber nicht irgendwie, nicht das hier. Nein. Du willst ja sowieso als Pirat gehen, oder? Genau. Dann lass mal Richtung Kasse. Genau. Das war dann unser Carnaval-Shopping. Wir haben ein bisschen was gefunden, und zwar was echt so fehlte, ne? Für den Piraten. Und hier fielen wir mal die Kasse, und ich würde sagen, das war's von unserem Film. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Hallo ihr Lieben. Immer noch. Hallo ihr Lieben. Heute sind wir bei Toys R Us und wir haben gerade eine ganz coole Ecke.